Herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf Windows Area. Mein Name ist Amin und in diesem Video zeige ich euch alle Neuerungen des Windows 10 Creators Updates für die PC-Version. Falls ihr mehr über das Creators Update erfahren wollt, dann schaut doch mal in der Videobeschreibung vorbei. Dort ist der zugehörige Artikel von unserer Seite verlinkt und dort erfahrt ihr nochmal weitere Informationen über alle Neuerungen und noch mehr. So, wir fangen einfach mal bei den Einstellungen an, denn hier hat sich eigentlich am meisten getan. Man sieht schon direkt, wir haben zwei neue Kategorien und zwar einmal Apps. Dahinter verbergen sich Apps und Features, Standard-Apps, Offline-Karten und Apps für Websites. Alle Punkte sind schon bekannt, denn die waren vorher alle unter System untergebracht. Jedoch wurde die Liste unter System ziemlich lang, deswegen hat Microsoft sich dazu entschieden, die einfach zu einer Extra-Kategorie zusammenzupacken. Hier ist eigentlich alles beim Alten geblieben. So, die andere Kategorie, die dazu gekommen ist, nennt sich Spielen. Hier können wir die Spielleiste einstellen, also Windows Plus G. Das Menü gibt schon länger. Vorher konnte man das alles hier nur in der Xbox-App einstellen und dafür brauchte man auch einen Microsoft-Account. Aber jetzt haben alle Gaming-Einstellungen eine eigene Kategorie in den Einstellungen. Die kann jeder einstellen und benutzen und das macht das alles noch zugänglicher. Man sieht einzelne Tastenkombinationen, um irgendwas ausführen zu können, zum Beispiel ein Screenshot im Spiel aufzunehmen. Links haben wir auch Einstellungen für GameDeviat. Das sind im Endeffekt Spieleaufnahmen. Hier kann man auch einstellen, die Mikrofon-Lautschecke, System-Lautschecke, Audioqualität, Speicherort. Was jetzt auch neu dazu gekommen sind, sind Übertragungen. Game Streaming auf Beam ist das im Endeffekt. Beam ist ein Streaming-Dienst, der Microsoft vor kurzem gekauft hat. Und hier kann man zu Beam streamen seine Spiele. Und hier kann man halt auch alles einstellen, was ein Streamer so benötigt. Das kann ich euch leider nicht zeigen. Ich fülle das alles in einer virtuellen Maschine aus und diese verfügt nicht über die benötigte Leistung. Eine weitere Neuerung ist der Spiele-Modus, den wir von hier aktivieren können. Bei den meisten Spielen müssen wir ihn aber nochmal selbstständig mit Windows und G aktivieren. Dann in den Einstellungen müssen wir einen Haken setzen bei Spiel-Modus. Im Endeffekt sorgt dieser Spiele-Modus dafür, dass Windows 10 die meisten Ressourcen dem Spiel übergibt, damit andere Anwendungen nicht in die Quere kommen. Dadurch wird das Spiel flüssiger laufen, die Frametimes werden verringert und es soll nicht mehr so oft zu Mikro-Rucklern kommen. Unter Personalisierung hat sich auch einiges getan. Und zwar unter Farben kann man jetzt eine benutzerdefinierte Farbe hinzufügen endlich. Und das Ganze funktioniert mit einem Farbmixer. Wenn ich zum Beispiel jetzt ein eigenes Grün haben möchte, kann ich hier eins wählen. Ich kann die Helligkeit anpassen. Ich kann sogar ein schwarzes Vibe machen. Und unter Moor kann ich nochmal den Farbcode eingeben in RGB oder HSV. Also das Ganze ist wirklich sehr ausführlich und sehr cool. Hier unten haben wir noch eine Vorschau, wie das alles aussehen wird. Diese Farbe ist möglicherweise schwer zu lesen. Und ja, es ist auf jeden Fall ein sehr oft gewünschtes Feature von den Windows 10 Nutzern. Und die zuletzt verwendeten Farben werden hier auch noch angezeigt. Unter Designs hat sich auch einiges getan. Und zwar kann man hier jetzt seine Designs auswählen. Ich kann hier den Hintergrund ändern, Farbe auswählen, Sound einstellen, Mauszeige einstellen, natürlich auch die Desktop-Symbole. Und dann kann ich hier mein Design auswählen. Zum Beispiel, ich hätte gerne lieber dieses Design. Dann habe ich das hier. Oder die Blumen. Das konnte ich alles vorher nur in der Systemsteuerung machen. Und natürlich kann man auch eigene Designs weiterhin erstellen. Zum Beispiel unser Windows Area Design mit dem coolen Hintergrundbild. Ich kann die auch speichern. Einfach rechts klick. Design für die Freigabe speichern. Und dann kann ich das als Desk-Veam-Pack speichern. Windows Area. Und dann habe ich es hier auf dem Desktop. Und dann kann ich das mit Leuten aus dem Internet teilen. Jetzt neu dazu gekommen. Ich kann Designs auch aus dem Store herunterladen. Dazu gibt es hier einen eigenen Bereich. Und hier sind echt viele Designs. Also die Liste ist ziemlich lang. Laden wir uns einfach mal ein Design runter. Am besten Katzen. Katzen sind immer gut. Dann installieren wir das mal. Hier sehen wir direkt für die Vorschau, welche Bilder im Design sind. So, nachdem das alles heruntergeladen ist, kann ich es starten. Dann leitet es mich direkt hier in die Einstellungen weiter. Und hier sieht man direkt, das Design ist da. Ich klicke drauf. Und es wurde erfolgreich angewendet. So, das kann ich auch für den Rest des Videos benutzen. Ich glaube, das ist ganz nett. Auch im Startmenü hat sich einiges in Creators Update getan. Und zwar kann man jetzt die App-Liste wieder ausblenden. Mit dem Anniversary Update ist die App-Liste jetzt immer da. Einige Nutzer finden diese Änderung nicht gut. Und jetzt kann man sie einfach komplett ausblenden. Dann sieht das hier so aus. Da habe ich wirklich nur die Kacheln in meinem Startmenü. Und die App-Liste verblägt sich dann hier drunter. Ja, das ist für die meisten User ganz nett. Dann hat man hier einfach alle angehefteten Programme. Und den Rest kann man suchen. Und wer mag, kann hier noch auf die App-Liste zugreifen. Das ist ganz nett. Außerdem kann man jetzt endlich Ordner auf dem Startmenü erstellen. Genauso wie bei Windows Phone. Und dazu muss man einfach eine Kachel nehmen. Und dann über die andere halten. Dann, wenn man loslässt, dann wird direkt ein Ordner erstellt. Hier kann ich so viele Apps reintun, wie ich hätte. So, und dann habe ich den Ordner. Ich kann auch die Größe verändern. Zum Beispiel mache ich den jetzt ganz groß. Und man sieht auch direkt in der Vorschau, sieht man alle Live-Kacheln. Hätte jetzt eine App davon eine Meldung, dann wird man es hier auch in der Vorschau sehen. Leider kann man den Ordner noch keinen Namen geben, aber das passt. Der Rest ist beim Alten geblieben. Auch unter System hat sich etwas getan. Und zwar im Punkt Bildschirm. Erstmal hat dieser Bereich ein komplett neues Design bekommen. Und wir sehen hier direkt am Anfang ein neues Feature, der Nachtmodus. Den können wir auch genauer einstellen. Kurz zur Erklärung. Jeder Bildschirm strahlt blaue Strahlen aus. Diese blauen Strahlen suggerieren dem Gehirn, es wäre Tag. Und dadurch können wir dann nachts nicht mehr so gut einschlafen. Wer also nachts immer am Computer arbeitet, der kann dann nicht mehr so gut einschlafen. Und dieses Feature filtert die ganzen blauen Strahlen aus dem Bildschirm aus, damit man nachts einfach besser schlafen kann. Und es ist allgemein angenehmer für die Augen. Flux ist ein Programm, welches sowas schon länger kann. Und jetzt hat Microsoft das auch nativ in Windows integriert. Ich kann euch das leider nicht zeigen. Man kann hier auswählen, wie warm der Bildschirm werden soll. Man kann eine Uhrzeit auswählen. Entweder automatisch, was jetzt komisch ist, von 0 bis 0 Uhr. Oder eine bestimmte Zeit festlegen, wann der nach dem Windows aktiviert werden soll. Man kann ihn natürlich auch sofort manuell aktivieren. Aber wie gesagt, das könnt ihr nicht sehen. Und er ist auch hier im Action Center. Das heißt, man kann ihn schnell aktivieren und deaktivieren. Was sehr cool ist. Eine Sache, die einige freuen wird, ist unter Speicher. Und zwar sieht man hier direkt Speicheroptimierung. Windows wird jetzt automatisch temporäre Dateien löschen, um Speicherplatz zu schaffen. Und das ist ungefähr alle 30 Tage. Hier kann man es auch sehen. Temporäre Dateien werden gelöscht, die nicht mehr verwendet werden. Und auch Dateien im Papierkorb werden gelöscht. Kann man natürlich auch ausschalten, falls man die lieber behalten möchte. Und so wird mehr Speicherplatz geschafft. Manchmal sind die temporären Dateien nämlich 8 GB groß. Und die musste man bis jetzt immer hier unter temporäre Dateien von Hand löschen. Aber das ist jetzt Geschichte, denn jetzt kann Windows das auch von alleine, wenn man die Option aktiviert. Was einigen von euch bestimmt auch schon aufgefallen ist, rechts sind jetzt immer verwandte Einstellungen. Hilfe anfordern, das öffnet im Endeffekt die Hilfe anforderten App, ein Live-Chat mit Microsoft. Und man kann direkt Feedback senden. Also das ist jetzt immer rechts in jeder Option. Und das bringt ein bisschen mehr Konsistenz in die Einstellungen. Außerdem wurde der Bluetooth-Bereich angepasst. Jetzt wurden Bluetooth-Geräte und angeschlossene Geräte vereint in einer Einschauung. Also ich sehe hier direkt auch meine Audio-Geräte oder mein Bildschirm, welcher gar kein Bluetooth-Gerät ist. Aber auch Bluetooth-Lautsprecher würden hier auftauchen oder Bluetooth-Mäuse. Und hier kann ich auch direkt neue Bluetooth-Geräte hinzufügen. Drahtlosgeräte oder DNA-Geräte und so weiter. Das wäre es auch schon für die Einstellungen. Kommen wir mal zu den Neuerungen in Microsoft Edge. Denn der Börse hat einige coole Neuerungen erhalten. Und zwar, wenn ich jetzt hier mal ein paar Artikel öffne, ich gehe mal auf Windows-Area.de. Ich öffne hier mal ein paar Artikel. Die erste Neuerung, es gibt jetzt eine Tab-Vorschau. Und zwar ist das hier der Button. Rechts neben neues Tab hinzufügen. Mit dem Pfeil nach unten, wenn ich hier drauf klicke, kriege ich eine Vorschau der geöffneten Apps sofort. Und ich kann sehen, wie sie aussehen. Was ziemlich cool ist. Es gibt aber auch viele Leute, die haben immer ganz viele Tabs offen. Und benutzen sie sozusagen als Lesezeichen. Dazu hat Microsoft sich auch was Gutes einfallen lassen. Und zwar sind hier links zwei neue Buttons. Wenn ich hier drauf klicke, diese Registierkarten für später speichern. Dann sind sie alle auf einmal weg. Und wenn ich hier drauf klicke, dann sehe ich sie wieder. Das bedeutet, ich kann so viele Registierkarten für später abspeichern, wie ich möchte. Und wenn ich die Arbeit wieder wiederherstellen möchte, kann ich hier draufklicken und ich habe alle wieder. Also wenn ich zum Beispiel mal einen Artikel schreibe, habe ich ganz viele Tabs offen. Aber wenn ich dann keine Lust mehr habe, es lieber später weitermachen möchte, dann hatte ich die Tabs bis jetzt immer offen. Die kamen dann immer in die Quere. Aber jetzt kann ich einfach zur Seite verschieben. Dann sitze ich hier. Und ich kann sie später wieder aufnehmen. Und das geht mit so vielen Registierkarten, wie ich gerne möchte. Ich kann auch nur einzelne wiederherstellen oder sofort alle. Und wenn ich mag, kann ich die Registierkarten auch mit meinen Freunden teilen. Und hier sieht man auch direkt das neue Teilmenü. Das wird jetzt viel besser an Windows angepasst. So, dann kann ich jetzt zum Beispiel meine Registierkarten jemandem per Mail zukommen lassen. Es gibt noch eine weitere Neuerung, auf die sich Windows 10 Nutzer freuen können. Und zwar kann man jetzt Seiten freigeben. Wenn ich hier drauf klicke, dann kann ich hier Cortana Erinnerung auswählen. Und diese Seite kann ich dann als Cortana Erinnerung festlegen. Und Cortana kann mich dann später nochmal dran erinnern. Du musst noch diesen Artikel lesen. Ich kann hier eine Uhrzeit oder so festlegen. Oder ich speichere es einfach so. Dann wird Cortana mich irgendwann erinnern, wenn sie es für passend hält. Was einige Nutzer freuen wird, wenn man eine Datei runterlädt. Dann haben wir hier ein neues Dateimenü. Und zwar können wir jetzt entweder speichern. Dann wird das im Download-Zone gespeichert. Oder man kann hier Speichern unterwählen. Und dann können wir einen eigenen Speicherort festlegen. Außerdem kann man auch Dateien einfach öffnen lassen. Wenn ich hier drauf klicke, wird sie kurz heruntergeladen. Und dann nach sofort ausgeführt. Wenn ich die Datei dann schließe, dann wird sie sofort wieder von meinem Computer entfernt. Da es nur temporär gespeichert wird. Diese Funktion gibt es schon seit Länge im Internet Explorer. Und jetzt endlich auch im Microsoft Edge Browser. Außerdem kann man mit dem Edge Browser jetzt auch Bücher lesen. Im EPUB-Format. Das kann ich euch leider jetzt nicht zeigen. Man kann Bücher auch aus dem Store beziehen. Aber das ist aktuell nur für den US-sprachigen Raum verfügbar. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Microsoft das auch bald für den deutschen Raum freigeben wird. Es braucht halt noch etwas. Das Thema Sicherheit in Windows spielt eine große Rolle. Und im Creators Update hat der Windows Defender ein großes Update bekommen. Und zwar ist er jetzt in einer universellen App gehalten. Hier können wir den Defender einstellen. Wir können eine Überprüfung. Wir können unsere Schutzdefinition updaten. Wir können gucken, welche Objekte in der Quarantäne sind. Genauso wie vorher. Allerdings sind jetzt auch weitere Einstellungen dazugekommen. Zum Beispiel kann ich hier meinen Computer direkt hier zurücksetzen. Ein paar Funktionen der Windows Firewall wurden auch hier integriert. Ich kann die Windows Firewall aktivieren, deaktivieren. Ich kann Zugriff von Apps durch die Firewall zulassen. Aber dann öffnet sich immer noch die alten Einstellungen. Ich kann auch Smart Screen Einstellungen festlegen. Und Familienoptionen gibt es hier auch. Also der Windows Defender wird langsam zum zentralen Punkt für Sicherheit bei Windows. Was ziemlich gut ist. Das ist auch bei anderen kostenpflichtigen Anti-Malware-Programmen bereits der Fall. Und auch Windows Defender geht jetzt diese Richtung, was sehr zu begrüßen ist. Im Creators Update spielt 3D eine große Rolle. Deswegen hat Microsoft einige 3D-Funktionalitäten implementiert. Zum Beispiel eine komplett neue Paint-App. Diese nennt sich Paint 3D. Wir werden direkt mit einem Willkommensbildschirm begrüßt. Hier können wir sogar etwas aus der Zwischenablage einfügen. Wenn wir zum Beispiel mit Druck jetzt einen Screenshot machen. Und ich jetzt auch anfügen klicke. Dann wird das direkt in Paint eingefügt. Die Benutzeroberfläche ist am Anfang gewöhnungsbedürftig. Allerdings merkt man ganz schnell, alle Funktionen vom alten Paint sind erhalten. Außerdem sind einige 3D-Funktionen dazu gekommen. Zum Beispiel, ich kann jetzt immer noch Text hinzufügen. Zum Beispiel Test. Ich kann alles bearbeiten. Schriftgröße, Schriftfette. Ich kann ihn kursiv machen. Ich kann ihn zentrieren. Allerdings gibt es auch 3D-Text jetzt. Wenn ich den hinzufüge. Da wird mir auch direkt ein Video abgespielt. Ich kann den rotieren, den Text. Der ist ein bisschen klein, muss man schon sagen. Ich kann die Tiefe einstellen. Das ist ganz cool geworden. Außerdem gibt es ein paar Modelle. Zum Beispiel ein Quadrat in 3D. Auch diesen kann ich immer rotieren, wie ich gerne hätte. Und es ist Paint, wie wir kennen, nur eben mit 3D-Erweiterungen. Ich kann auch coole Effekte für den Hintergrund einstellen. Oder wir können Aufkleber hinzufügen. Das ist, glaube ich, neu. Zum Beispiel NinjaCat auf unseren Würfel. Oh, jetzt ist er irgendwie weg. Weitere 3D-Objekte findet man bei Remix 3D von Microsoft. Das ist ein Netzwerk, wo man viele 3D-Objekte finden kann. Hier werden wir so schön begrüßt. Aber ich überspringe das mal. Und hier sehen wir Kreationen von anderen Nutzern. Wir können natürlich auch eigene hochladen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt gerne das Grammaphon unterladen würde, was sogar von Microsoft selber ist, kann ich einfach im Projekt platzieren. Und da haben wir es. Da ist unser Grammaphon. Und wir können jetzt damit rumspielen und ein Bild damit machen. Das ist ganz cool geworden, die App. Natürlich können wir auch speichern, in Remix 3D hochladen, drucken, teilen. Wir haben ein paar Einschauen. Es ist alles wie gehabt. Und wir haben so eine coole Zeitleiste, wo wir alle Neuerungen nacheinander zurück machen können. Eine sehr coole App. Um 3D-Objekte ansehen zu können, gibt es jetzt auch einen 3D-Viewer. Ich habe jetzt kein 3D-Objekt, aber wir können damit auf jeden Fall diese Dateiformate öffnen. Das war es auch schon mit den meisten Neuerungen. Ein paar Sachen habe ich jetzt nicht gezeigt. Zum Beispiel gibt es neue Schablonen in Windows Ink. Man kann mit Cortana jetzt weitermachen, wo man aufgehört hat. Es werden neue Bluetooth-APIs unterstützt. Zum Beispiel GATT-Server, Bluetooth-LE-Preferal und Bluetooth-LE-Device-Connectivity. Damit wird auch die Synchronisation mit Smartwatches verbessert. Und es gibt einen deutlich verbesserten Update-Prozess. Falls ihr euch über weitere Neuerungen informieren wollt, wie bereits erwähnt, der Link zum zugehörigen Artikel ist in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.